Die zu veräußernde sanierte 4-1-Halb-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung befindet sich in Ratingen. Das Objekt wurde 1952 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller sowie einen Außenparkplatz. Die Dachgeschoss-Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 114 m². Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 199.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.